Moin, herzlich willkommen hier am Freitag um 10.00 Uhr, eine weitere Ausgabe Let's Play LS19 Nordfriesische Marsch Version 1.9. Ich bin immer noch am Milch verkaufen, habe hier irgendwie fast 7.000 Liter Milch hinten drin, mein Angestellter wie so ein Geistesgestörter über das Feld fährt. Ja, aber er soll arbeiten, er soll Freude holen für die Mischfutterproduktion, damit wir weiter Mischfutter produzieren und verkaufen können. Oha, irgendeine Kraft? Vorne ist der Milchverkauf, da wird die Milch einfach so in die Erde geschüttet. Das dauert gleich über 1,2 Millionen Euro, wie cool. Fertig. Ich mach eigentlich meinen Giftspritzer. Ah, der ist gleich fertig. Ich will jetzt eigentlich mal ein bisschen Gülle abholen. Ok. 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 Ja, meine Giftspitze ist fertig. Ich bin ein bisschen noch fleißig, ob ich denn hier Glöhr abholen muss. So, vielleicht kann ich das mit dem auch gar nicht, oder? Kann ich mit dem Gülle abholen? Ich habe hier noch keine Gülle abgeholt in Alice 19. Nö, Milch und Wasser. Okay. Okay. Ähm. Erstmal holen wir hier das Güllefass, was wir gerade gekauft haben. Erstmal holen wir uns das Gewicht wieder. Ja. Jetzt glaube ich. Nein. Nee. Ich will aber jetzt Gülle gar nicht ausbringen, ich will es nur transportieren. Geht das damit? Gut. Gut. atie Boner. Oder wie gesagt? Ja. 51.514 Liter schon. So krass. So krass. So krass. So krass. So krass. So krass. Wie ist das denn überhaupt in meine Felder gestellt? Ok, die sind schon ernst. Nicht geduld, kann ich den Fall 15 kaufen? Nein, ich fange erst mal an, die anderen zu ernten. Ich fange erst mal an, die anderen zu ernten. Ich fange erst mal an, die anderen zu ernten. Ich fange erst mal an, die anderen zu ernten. Ich fange erst mal an, die anderen zu ernten. Ach, das ist der Waltra, ja genau. Ich fange erst mal an, die anderen zu ernten. Ich fange erst mal an, die anderen zu ernten. Ich fange erst mal an... Keins, zum Silo, dann noch eins. Das war jetzt ein bisschen umständlicher hier hinten lang, aber im Sinn. Und das mache ich jetzt von hier, weil dann kann ich das auch für Feld 14 gleichzeitig nehmen. Das ist der selbe Kurs. Wichtig ist ja immer, dass vom Start- und Stoppunkt von so einem Abfahrkurs alle Punkte auf dem Feld erreicht werden können. Das ist immer, immer, immer wichtig. Ich nehme zu, dass wir hier vernünftig zum Silo kommen. Das ist immer, immer wichtig. Das ist immer, immer wichtig. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher, ob er das jetzt hier richtig rum ist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020